Sandra Mo und Jan Gregor waren die Stars der DDR-Volkstümischen Schlagerszene. Die Dresdnerin Sandra Mo gassierte jetzt im Seniorenheim Freiberg und brachte ihre bekannten Hits und zahlreiche amüsante Anekdoten mit. Natürlich erklangen die Lieder, Musikanten sind dabei, hätte ich nochmal die Wahl und fahren wir ins Heu. Die Senioren des Wohnheims freuten sich über den Besuch des Stars der DDR und genossen den unterhaltsamen musikalischen Nachmittag. Das war's.